Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in War on the East 2. Die Luftwaffenphase im Zug 88 ist vorbei, wir machen jetzt hier weiter. Es ist der 21. Februar 1943 und wir versuchen jetzt mal im Norden ein bisschen Entlastung reinzubekommen beziehungsweise uns wieder neu zu sortieren. Dann, genau, wir haben jetzt hier noch die 385. Infanteriedivision, da schaue ich mal ganz kurz durch. Bei wem sieht es nicht mehr so gut aus? Knapp ist es geworden hier drüben, ja. Die 206. und dann haben wir noch ein Regiment der 333. drinstehen. Sieht es mir aus, die 206. ist auf 41% runter, die müsste dringend raus. Habe ich hier irgendjemand im Rückraum stehen? Die 15. Die 15. mit 16.000 Mann, wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Ich ziehe hier die 206. ab. Das kann... Ah, ich komme nicht, ich komme nicht. Ich komme nicht zu dem Depot. Macht nichts, dann setzt man sie hier hin und auf Reserve. Und ziehen hier die 15. Infanteriedivision hoch. Dann muss ich ein bisschen umstrukturieren. Die 18. Armee hat 28 von 27 Befehlshaber-Punkten. Also überlastet. Was auch mit natürlich hier daran liegt, vielleicht kann ich hier oben ein bisschen Ordnung reinbringen. Sollte gehen, die 15. Infanteriedivision kann hier alleine verteidigen. Wir ziehen die 333. wieder hier rüber. Und damit sollte die 18. Armee wieder auf dem Ziel sein. 27 von 27. Trotzdem muss ich natürlich noch umstrukturieren. Wir nehmen raus... Die ist voll. Die ist voll, aber die können wir hier übergeben. Die übergeben wir direkt an die 18. Armee. Und dann ist hier wieder Luft. Beim ersten Chor für die 15. Infanteriedivision. Erstes Chor. Dann ist die durchsortiert. So, und jetzt habe ich hier drüben noch ein kleines Problem. Die 385. Gehört hier sogar noch bloß zur Armeegruppe Nord. Jetzt habe ich wieder Schmarrn gemacht. Jetzt habe ich wieder Schmarrn gemacht. Ich hätte eigentlich die 206. Hätte ich mal besser direkt zur Heeresgruppe zugeordnet. Dann wäre bei der 18. Armee wieder Luft gewesen. Aber der Zug ist abgefahren. Kann ich hier noch irgendjemand irgendwo rausnehmen? Die 18. Armee ist echt... Wie viele Chors? Eins, zwei, drei... Vier Chors sind bei der 18. Armee schon. Das Reserve-Core. Ich befürchte, ich muss den sauren Apfel beißen und tatsächlich hier die 385. Infanteriedivision immer noch bei der Heeresgruppe unterordnen. Ne, kann ich nicht ändern. Schauen wir uns mal an, ob wir hier oben Entlastungsangriffe führen könnten und oder sollten. Die sollen also ein Refit raus. Ich frage mich jetzt, ob wir direkt hier... 0,4... Was haben wir hier? Munition, 75%. Steht hier rum. Ein Chor und eine Division. Hier oben hätten wir auch eine Division der Ant... Wisst ihr was? Ich schaue, dass wir hier die... Dass wir die Kavallerie rausbekommen. Greifen wir mal aus der Bewegung heraus an. Ohne große Planung. 15.000 gegen 3.300 Mann. Auch hier möchte ich einfach schauen, dass die Sowjets ihre Befestigungsstufen über kurz oder lang verlieren. Dass wir sobald das Wetter geeignet ist, hier auch Stellen haben, bei denen wir gut durchbrechen können. Ohne all zu viel Einsatz. Ja, einmal das Vorlevel hier weg. Kommen wir hier hoch und wieder runter. Ne. Wenn ich in die Lücke vorstoße, um die Befestigung hier zu zerstören, bin ich da auch gefangen. Das war es jetzt bei der 18. Armee. Ich überprüfe mal ganz kurz die Heeresgruppe Nord. Die Heeresgruppe Nord ist überlastet oder nicht? 109 von 108. Ja, die Heeresgruppe Nord ist auch ein Ticken überlastet. Müsste ich einen loswerden? Ich muss die Frage, wen... Weiß ich gerade nicht so genau. Okay. Ansonsten sieht es hier aber ganz vernünftig aus. Hatten wir in dem Bereich noch Angriffe. Einmal hier 1 zu 4,6 wird angegriffen. Artillerie-Division, Brigade, Brigade, Artillerie-Division. Letztener Angriff hier. Würde ich aber sagen, zahlen muss der Artillerie-Division hier heim. 2,1 zu 1,0. Wir haben 90% Munition. Können wir voll reingehen. Die müssten wir ja locker werfen hier, oder? Ja. Aber. Doch recht schwere Verluste hier. 405 Mann auf unserer Seite. 106 auf der britischen Seite. Aber auch hier gilt es vor allem, dass die Einheiten hier sich nicht so tief eingraben können. Kommen wir hier rein und wieder zurück. Ja. Dann nehmen wir die Befestigungsschlufe hier auch noch weg. Ich bin natürlich auch versucht, jetzt hier schon weiter Richtung Osten vorzurücken. Aber ich bleibe jetzt dabei. Ich mache es nicht. Meine Einheiten sollen jetzt möglichst sich stärken für die Sommeroffensive. Aber die Division hier, die würde ich gerne rausbekommen. Die Polizei-Infantrie-Division. 120% Munition ist auch ausgeruht. Es ist ein leichte Wälder. Macht nichts. Wir fügen jetzt hier Schaden zu. Und zwar mit einem geplanten Angriff. Geht natürlich auf die Munition. Aber hier unsere Einheiten sind hervorragend aufgestellt. Jawohl, 2000 Mann Verluste bei den Sowjets. Das gefällt mir. Prüfen wir mal ganz kurz die vierte Panzarmee. Hat 26 von 27 Befehlshaberpunkten ausgefüllt. Ah, Moment. Hier steht noch jemand. Hier steht noch die 121. Die 121. Könnte natürlich auch nach Norden. Ich glaube, das Problem der Überlastung der Heeresgruppe Nord kriege ich momentan nicht wirklich raus. Also die vierte Panzarmee ist voll. Die 18. Armee ist voll. Und die, schauen wir mal bei der 2. nach. Die 2. Armee ist ebenfalls voll. Ich müsste quasi eine Infanterie-Division loswerden, damit die Heeresgruppe Nord nicht überlastet ist. Hm. Das Panzer-Core laden wir jetzt hier mal ab. Die 121. Der 92%-Soll-Status. 16.000 Mann sind drin. Sind aber noch erschöpft. Haben wenig Munition. Die müssten hier eigentlich noch sich ausruhen. Wisst ihr was? Das lassen wir jetzt erstmal. Hier oben war ja keine große Gefahr. Das können wir erstmal lassen. Wir werden die Festungstufe jetzt hier wegnehmen. Und verlegen uns natürlich wieder zurück. Okay. 2. Armee. 26 von 27 Befehlzauberpunkten. Das 35. Chor 8 von 9. Ich frag mich grad, warum stehen hier so viele Einheiten drin? Ah, das sind die... ...Aparatureinheiten. Die können hier zu dem Chor dazu. Macht das noch Sinn? Macht keinen Sinn mehr. Die kann ich eigentlich freigeben. Beziehungsweise ich könnte sie hier oben... Ne, komm, wisst du was? Ich geb die frei, die beiden Einheiten hier. Die dürfen zur Heeresgruppe... Ha, ha, eben nicht zur Heeresgruppe Nord. Heeresgruppe Mitte. Auch die hier zur Heeresgruppe Mitte. Und vielleicht ist das auch das Rätselslösung. Vielleicht sind bei der Heeresgruppe Nord zu viele... Ne, sind nicht zu viele Einheiten. Ich hab geschaut, ob da nicht irgendwelche Feld-Eisenbahn-Direktionen oder sowas dranhängen. Die können das durchaus auch dieses Konto hier belasten. Ist aber nicht der Fall. Dann lassen wir das. Acht von neun. Ja, das wird jetzt in den nächsten Wochen also noch so ein bisschen so weitergehen, dass ich hier wirklich schon schauen muss. Dass ich alles gut organisiert habe. Mensch, die stehen gut da. Die 129. 128% Munition. Da müsste man mal jemand rauslösen. Wen müsste man rauslösen? Da habe ich schon Kandidaten hier unten. Die 61. Infanterie-Division. Hat die auch nur gerade gehalten. Schaut es denn bei denen aus. 10.000 Mann. 50% Munition. 43% Erschöpfung. Die müssen raus. Auf 48% runter. Kriege ich sie auf dem Depot. Ja. Wir ziehen sie raus. Einmal auf Refit. Ich sehe gerade die 197. Ah, da fehlt es noch an der Munition. Komm. Wir ziehen die 269. Ist jetzt hier in den standen Lücke. Müssen wir jetzt hier unten noch ein kleines bisschen umsortieren, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Wann haben wir denn hier stehen? Das 23. Chor. Noch keine Luft mehr. Okay, also die 61. geht an die 2. Armee. Eine Ebene höher. Dann haben wir jetzt hier Luft für das 23. Chor. Hier die 11. Infanterie-Division. Halt, das ist falsch. Die war's, oder? Die muss ich mir drunter ziehen. Ans 23. Chor. Bei der 2. Armee sieht es eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. 8 von 9. Dann haben wir hier noch eine Einheit, die gehört ausgetauscht. Die 306. Infanterie-Division. 64% Soll-Status. Ist recht erschöpft. Nachschub haben sie, äh, Supplies haben sie so gut wie gar keinen mehr. Das heißt, wir können die ebenfalls austauschen. Dann nehmen wir die 197. her. Ich würde fast behaupten, dass die 2. Armee Ah, die ist schon bei der 2. Armee. Dass die 2. Armee mit am besten aufgestellt ist. So. Dann geben wir die auch noch zum 42. Chor her. Ja. Und dann denke ich, sind wir hier eigentlich... Ja, die Brigade hier können wir eigentlich auch noch losbringen, ja. Ne, ich mache es nicht im Blizzard. Die lasse ich da stehen. Wenn hier noch stärkere Einheiten sich rein verlegen sollten, dann machen wir einen Kessel einfach zu. Aber wir bewegen jetzt unsere Einheiten hier oben nicht. Die belasse ich, wo sie sind. Dann bin ich bei der 2. Armee. Die Refits muss ich noch rausnehmen. Dann bin ich bei der 2. Armee eigentlich... Fertig, ergeben sich noch Angriffsmöglichkeiten. Ah, komm, wir greifen die doch an. Ungeplant aus der schnellen Bewegung raus. Boah, 2300 Mann Verluste. War doch sehr gut, dass wir das gemacht haben. Dann, Generalstab weist mich gerade darauf hin, dass die 306. auch nur Max-TOE... Da ist sie. Tatsächlich. Max-TOE 100. Sieht ihr was? Ich sollte das vielleicht mal eben überprüfen. Äh, Units. Wir nehmen nur die On-Map-Einheiten. Und wir schauen mal... TOE-Max hier. 100, 100, 100, 100. Das ist alles auf 100. Oh je. Oh je. Aha. Bei den Ungarn und so sieht es noch ein bisschen... Aber die deutschen Einheiten... Ne, da bin ich zu weit runtergerutscht. Da ist doch ganz schönes Kraut und Rüben hier drin. Schmarrn, war es nicht. Jetzt habe ich in der falschen Spalte geschaut. Jetzt haben wir alle auf 100. Sehr aufmerksam hier vom Generalstab. Ich finde es auch ganz schön, die Namen der Einheiten hier eingeblendet zu haben. Aber sie sind halt einfach nicht informativ. Die ist auf refit. Die müssen auf refit stellen. Das müsste jetzt eigentlich bedeuten, dass wir im Rahmen der zweiten Armee fertig sind. Kann ich noch irgendwo angreifen? Was haben wir denn hier stehen? Eine Brigade. Mechanisiertes Kor. Ist aber auch eingegraben. Brigade. Ne. Ich greife hier in dem Bereich jetzt nicht mehr an. Muss ich mir jetzt einfach mal... Das tun, was ich auch sage. Vierte Panzarmee. Beprüfen wir die mal 26 von 27. Bei der vierten Panzarmee habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Kors. Ein Kors wollte ich frei machen und zwar zur 16 Armee schicken. Dieses Armeekor hier. Das 53. Schauen wir nochmal vorbei, ob das 53. Wo ist es denn? Das ist das 53. hier unten. Ja. Das 53. ist hier unten. Das heißt, ich brauche hier unten ein weiteres Panzerkorps. Hier im Norden. Was ist hier frei geworden? Da muss ich jetzt mal was frei machen. Das SS-Panzerkorps bleibt hier oben. Das 40. Panzerkorps. Aber ich muss doch hier... Wo ist es denn hier zu viel? Jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4 Panzerkors. Dabei soll es auch bleiben. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich ein Panzerkorps hier oben frei mache. Schaffe ich das? Das SS-Panzerkorps kann auch einen übernehmen. Das machen wir jetzt mal. Ah ja, hier oben. Einmal die Infanterie mit drinstecken. Ich muss ein Panzerkorps freimachen. Dann machen wir das jetzt so. Wir nehmen das... Hier oben die 17. Infanteriedivision zum SS-Panzerkorps dazu. Das heißt, wir haben hier noch eine Einheit. Ich versuche gerade hier bei der 18. Armee vielleicht auch noch die eine Lücke zu schließen. Ja, das kriege ich hin. Sehe ich jetzt gerade. Gehört zur 18. Armee. Dann... ...kommt die Einheit hier zum 38. Ach, Scheiße, geht nicht. Okay, macht nichts. So, jetzt muss ich noch eine Einheit hier frei machen. Das Panzerkorps ist voll. Ich würde sagen, wir übergeben die direkt an die vierte Panzerarmee. Und damit... Jetzt habe ich schmarrn gemacht, gell? Ja, jetzt habe ich schmarrn gemacht. Dann gehen wir in die zehnte Motosite nach dem SS-Panzerkorps. Und dann verlegen wir hier das 40. Panzerkorps nach Süden. Das machen wir auf der Schiene. Der soll hier oben übernehmen. Kann man nicht ganz hin jetzt hier. Ist denn da, warum komme ich denn da nicht weiter? Öpladen kann ich sie da nicht. Muss ich es jetzt übergeben hier? Ah, nein. Moment, das war ein Schmarrn. Ich habe da unten schon einen Panzerkorps hingestellt. Was mache ich denn jetzt hier für ein Schmarrn? Hier ist ja schon ein Panzerkorps. Ich will das... Ja, das war ein Schmarrn. Totaler Schwachsinn hier. Das Panzerkorps übernimmt jetzt die Einheiten hier oben. Laden wir ab. Hier vorne. Und das 41. Jetzt bekommen sämtliche Einheiten hier werden dem 41. Panzerkorps überstellt. 41. das Panzerkorps. Das war jetzt eine schwere Geburt. So, das 41. Panzerkorps ist jetzt da, wo es hingehört. Das 53. Korps. Wisst ihr was? Ich weiß tatsächlich noch nicht so hundertprozentig, wo ich hinstecke. 16. Da hätte ich mir mal aufgeschrieben. Das merke ich mir mal. Ich bewege die jetzt mal. Warum kann ich die jetzt nicht bewegen? Da ist ja kein Platz mehr auf Schiene. Ich bewege die jetzt mal hier runter. Und darf es dann nicht vergessen, später noch zu bewegen. Okay. Kleines bisschen Unordnung jetzt hier im Norden. Ja, dann kann ich die jetzt wieder hier zuordnen. Ja, kann ich beim nächsten Mal machen. Es passt. Dann sind wir im Bereich der Heeresgruppe Nord. Müssten wir jetzt eigentlich fertig sein. Heeresgruppe Nord 109 von 108. Ich muss hier nochmal irgendwann eine Einheit losbekommen. Vierte Panzarmee, Zwo-Darmee, 18-Darmee. Das heißt, wir sind jetzt mit der Heeresgruppe Nord hier oben fertig. Ich glaube, vielleicht schaue ich lieber nochmal ein kleines bisschen, ob wir noch irgendwas, ob ich noch irgendwas Unrundes entdecke. Ich würde natürlich... Was sind wir hier? Tiefe Wälder. Wie liefen denn die Angriffe hier in der Nahtstelle zwischen der 2. und der 9.? Dann haben wir 1 zu 3,6, 1 zu 2,4, 1 zu 3,6. Weil wir hier natürlich auch wieder schöne Waldgebiete haben. Zumindest hier ein schwere Waldgebiet hier oben auch. Da würde sich aber natürlich irgendwann mal ein Kessel anbieten. Was steht denn hier eigentlich rum? Was haben wir denn hier stehen? Ein Schützenchor, eine Brigade, eine Division. Hier ein Mechanisiertes-Core und eine Division. Da brauche ich derzeit keine Angriffe führen. Welche Einheit noch schwach aussieht, ist die 26. hier. Hier 57%. Die ist hier auch in so einer gefährlichen Eckstellung. Ich glaube, ich tausche die Einheiten hier durch. Wisst ihr was? Wir nehmen die 52. hier. Ah, die kriege ich nicht ganz raus. Die 26. Infanterie-Division muss hier noch irgendwie raus. Oh, die 227. eigentlich auch. Eigentlich ist gut. Die 227. muss raus. Habe ich hier noch Depots? Komme ich nicht an ein Depot. Wir bewegen sich schon mal raus und bringen sie zumindest als Reserve. Zug 90. Das werden wir der jetzt auch gleich verbieten hier. Dass die die Karte verlässt. 26,7. Ja, dann tauschen wir die mal durch. Stehen die ein bisschen besser da. Noch schöner, wenn ich die 52. davor reinbekommen würde. Fehlen mir die Einheiten dafür. Passt. Würde ich sagen, lass mal so stehen. Angriffe ergeben sich jetzt hier auch nicht mehr. Dann gehen wir runter zur... Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen... Was haben wir denn hier noch stehen? Das Panzerkohr ein bisschen nach Norden. Okay. Ja, machen wir die Anschlussfälle hier noch. Die Samir ist bereits bei der 9. Armee. Überprüfen wir jetzt mal die 9. Armee im Groben und Ganzen. 26 von 27 Befehlshöberpunkten. Und die Heeresgruppe Mitte ist auf 95. Da werde ich sicherlich in der Runde noch einiges neu sortieren müssen. Gab es denn jetzt hier Angriffe? Die wurden alle ordentlich gehalten. 1 zu 1,1. Das war knapp. Und wir haben hier auch Befestigung verloren. Angriffen hat hier das zweite Schützenchor. Das 9. mich in der Citychor. Und eine Division... Stehen hier die Einheiten noch um. 9. mich in der Citychor. Zweite Schützenchor. Das sind die Einheiten, die angegriffen haben. Munition angeblich hier bei der Einheit schon relativ beschränkt. Ob das auch wirklich so stimmt, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, die 31. Hat nur noch ein Kampfwert von 2. 58 Soll-Status. Die müsste eigentlich... Die stehen alle nicht mehr gut da. Huiuiui. Was ist denn hier los? Die 131. 44%. Oh, 37%. Die schauen echt nicht mehr gut aus. Huiuiui. Tauscht man die beiden mal durch. Ja, 9. Armee ist jetzt echt schwierig. Wie sieht es denn bei der 216. aus? Hat wieder gut Munition. Hat gut Soldaten. Die können wir wieder an die Front stellen. Wo wird der Feind jetzt wohl am aktivsten werden? Ist da was? Ich glaube, da lassen wir uns noch ein kleines bisschen Zeit mit der Entscheidung, ob ich die 216. nach Norden verschiebe. Und dort wahrscheinlich die 6. rausnehme. Hätt mal ein Depot. Oder ob wir das hier unten im Süden machen. Das würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Zug. Denn wir können mal schauen. Wir haben hier ein Panzerkorps. Ein Schützenkorps. Eine Schützendivision. Im Kessel. Dass wir den Kessel auch halten können. Hier die 162. Die sieht nicht mehr gut aus. 11.000, 10.000 Mann. Noch 6.000, 47% Munition. Ne. Da würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Ausgabe an. Dann schauen wir erstmal die Kesselverhältnisse. Und dann kann ich überlegen, wo ich den Rest der 9. Armee noch hinschicke. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative. Und natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf alle anderen Schlachtfilter. Macht's es gut. Ciao. Für jetzt sage ich Servus. »Drive«, wird ja, »Hier er37.« Reaktivision. »Hierれない ist schon wieder.« Untertitelung des ZDF, 2020